Wir packen das. Auf drei. Eins, zwei, drei! Bier! Ich gehe Ihnen zuhören. Das ist Leon Seldo. Leon kommt aus Hannover, ist Offensivspieler. Was ist der Plan? Erster Mannschaft ist es, ja. Wir haben jetzt einen Spieler ohne FD. Das war halt für zwei mit Leon zusammen. Pizza und Bier? Danach rauf mal noch einen kleinen Joint, oder? Spaß! Hey! Ich hör auf! Kannst du etwas zusammen oder nicht? Wir wollen was sagen, Leon. Fuck! Die provozieren nur. Wir spielen Fussball, wir wollen Profis werden. Das geht nicht. Was geht nicht? Der Vorstand ist vor allem rein interessiert, dass von dieser Sache nichts nach aussen dringt. Egal wer was sagt, egal was passiert, ihr seid gestorben. Sitte. Bitte. Ich bin gerne protein. Ja. Ja. Nein. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020